Flugreisende müssen sich am Montag auf längere Wartezeiten und Flugausfälle einstellen, denn die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Flughäfen in Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen. Hintergrund sind laut Verdi die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, der Bodenverkehrsdienste sowie der Luftsicherheit.